Dank Großflügereinstungsaktion gelangt der Ostkerliner Kriminalpolizei eine Zerbrecherbande auszuheben, die auf ihrem Rauchstuhl durchgehend mit Wachengewalt vorliegt. Und in der Linde, die sie in den Weg stellte, grundsätzlich durch Pistole, bis auf Menschen beseitigte und die nach bisherigen Ermittlungen, die Ermordung des Kraftfahrers Eduard Alpes, wie es Kaufmann Bruno Schneider auf dem Gewissen hat. Ich mach mich gut und hierauf spiel die Sohne stark.